Alter, da hat er echt im letzten Part noch gewonnen, so sauknapp! Und deswegen geht das Battle weiter, Freunde. Na, wir werden doch sowieso weiter gebattelt, aber so. Genau, aber trotzdem, Leute. Willkommen zurück zum neuen Mario Kart 8-Dolux-Battle-Kampf. Willkommen zurück. Es steht 2 zu 1. Ja. Und ich nimm wieder Wario. Mit dem Rosa Booty. Mit dem Product Placement Mercedes, natürlich. So funktioniert YouTube heutzutage. So! So, Bomb-Ompwurf ging natürlich phänomenal an mich. Und das nächste... Phänomenal? War sauknapp? Eigentlich waren alle Runden bisher immer sauknapp. Aber okay. Na, nicht Räuber und Gendarm. Da habe ich ziemlich viele Punkte. Na, ist ja egal. So, Münzenjäger ist das Vorletzte. Was ist denn jetzt? Ich glaube, 3 Minuten lang wieder 4 Runden, wer am Ende mehr Münzen hat. Wir können jetzt hinsichtlich wieder abballern. Oh mein Gott, mein... Also, so, dass wir 3 Münzen wahrscheinlich beim Torwart verlieren, wie es im normalen Rennen war. Hat Wissig ehrlich gesagt ja nicht. Ich glaube aber ja. Ich glaube schon. Er glaubt es, Leute. Er weiß es nicht. Er glaubt es nur. Ja. Was machen wir jetzt? Er glaubt es nur. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, die Mega-Ultra-Schrecke hier. Voll Up-Hee-Space, wenn man die so von außen mal anguckt. Das sieht voll geil aus. Was ist das für eine große Stadt im Hintergrund? Ist das irgendeine große Stadt? Das ist Mario. Ey, bestimmt von Mario Odyssey. Bestimmt schon voll der Foreshadowing. Alter, geil. So. Münzenjäger. Da ist die erste Münze schon. Ey, ich hab mit Münzen noch voll den Heimvorteil. Erstmal Weg Wario und zweitens Weg YouTuber. Also, YouTube-Money einsammeln hier. Mehr oder weniger bin ich ja auch gut. Sieg-Gutser. Ey, du bist ja YouTuber. Ich hab eine Münze. Ach stimmt, das sieht man ja hier bei den Gegnern dann über ihren Köpfen und so. Ach, verdammt. Echt? Was ist das denn? Ich hab irgendwie getroffen. Wow, ich hab beinah nicht getroffen. Nein, Mann. Danke, Mann. Ich hab einfach deine zwei Münzen geklaut. Zwei Münzen? Ja, weil ich den Sprung gemacht habe. Ja, die gibt's ja wohl nicht. Das ist aber voll schwer, die Münzen. Also, wenn sie nicht gerade durch die Feder geklaut werden. Oder durch einen Pilz, denke ich mal. Dann ist es halt echt schwer, die auch zu sammeln. Und ich frage mich, wenn man mich jetzt trifft, ob ich dann alles verliere. Oder nur eine. Oh Gott, du hast so viele Münze, du hast ja so viel. Das ist ja nicht. Okay, cool. Nein, Banane. Oh. Du, 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 du. Ich hab einfach eh nicht getroffen, so richtig easy. Und schon wieder zweimal den Metal-Marvel getroffen. Alle vier Münzen. Doch, beim Treffer immer zwei Münzen werden verloren. Okay. Dann ist alles klar. Die Kompon sind immer so brutal, wenn die irgendwie rumliegen. Man muss jetzt... Ja. Da kriegt man schon Angst. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Schau mal, Rechtskurve. Oh, du ist hier. Du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo ist der Money? Yeah. Ey, die Feder ist echt geil, Mann. Oh, die Feder ist echt geil. Nein, da klauen mir meine drei Pilze. Verdammt. Das war ich. Boah, wie kannst du... Äh, nicht meine drei Pilze, meine drei Panzer. Aber wie kannst du, du? Wow. Oh, wow. Mann. Alle müssen natürlich wieder weg. Geht gerade so richtig schön. Nein. Mir wird alles von der Nase weggeklaut. Oh, da habt ihr noch einen Stern, der wohl von zwei meiner Panzer erwischt. Und das ist ja ein Stern. Ich bin natürlich nicht ab. Aber... Gebraucht. Ja, die Bullschen ein paar Mal abgeschossen. Und jetzt wurde sie mir geklaut. Er hat irgendwie ja richtig viel Cash. Öh, unsichtbar. Na, der Geist macht dich ja unsichtbar. Oh. Der klaut ja nicht nur. Nein, mein Boomerang. Auah. Ich habe mehr Münzen verloren. Ich habe irgendwie sieben Münzen oder so verloren beim Treffer. Ja, guck mal, hier ist alles voll. Alles voll mit meinen Münzen. Ja, warum machst du auch schon so viel? Deswegen nicht. Gibt's da nicht, ey. Ich bin ja so richtig... Ey, ich habe irgendwie 8 oder 9 Münzen verloren. Verdammt. Ist ja richtig so. Nö. Ich könnte das habe ich nicht verdient. Einfach so eine Münze gerade, die spawned. Jo. Also schon die eigene Bombe reingefahren. So kennen wir das. So kennen wir den dummen Wario. Ey, ist doch... Nein, ich wollte ja noch mal einen Pilz Münzen klauen, ey. Ey, du hast 16. Und beschwerst du dich? Ich habe immer 8 verloren. Ich war 9, ja sogar. Und gerade noch wird jetzt nicht vorbei, wir sind mit dem Pilz nochmal ganz viel geklaut. Leute. Ich finde es gerade langsam ein bisschen fies hier. Wieso? Weil erste Runde. Wuhu-Stadt. Endlich schon wieder. Für die Wu-Girls. Die Wu-Joshis, die da rumdancen und rumhampeln. Was sind denn Wu-Girls? Na, Wu-Girls sind die, die immer auf Partys wuhu-schreien. Die immer besoffen sind und immer eklig sind und so. Und davon kennst du viele, oder was? Ne, na, hau ja mit der Mama die Folge. Achso. Wieso Wu-Girls? Oh nein, Robin ist eine Wu-Girls. Achso. Mann, ey. Die denken sich auch Sachen aus. Ja, war, die sind echt kreativ. So. Jetzt haben wir hier ordentlich abcashen. Hallo, klauen wir hier die G-Cooks. So, cachen, zack. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, in den ich hier einmal reincache. Da legt irgendeine Sau einfach hier die Toilette, legt einfach mal ein paar Bananen an. Denk nicht drüber nach, was die da überhaupt gerade macht. Ich bin hier noch der Bananen-Man. Da ist Peach die. Peach die Alte. Also, dat ist schon zum Fan verurteilt. Ich hab verloren. Wieso? Das sieht schlecht aus. Hab keine Münze, du mir da. Abgezockt, weil ich selber doof bin, so zu doof war. Abgezockt. Abgezockt, Mann. Oh, wario. Münzen. Yeah. Also, die Fehler, die macht er ja richtig von hier. Oh, da ist er, wario. Hau bloß ab, ich bin hier schützt, Mann. Besser nicht. Ich würde dir erwarten, dass du abkommst. Ey, wie fährst du denn? Ich will auf dem Sportplatz ein paar Bälle werfen. Oh, der hat gerade schon seine Münzen verloren. Yeah. Ah, Mann. Wer macht denn so? Warte, ich würde echt mitunter mehr sehen, was links und rechts abgeht. Ja. Also, kann ich auch mal wissen, weil jetzt zum Beispiel, liegen jetzt noch Münzen da oder nicht? Wenn ich mir jetzt umdrehe, die Sponsor bestimmt habe, ich hab ja keinen Bock immer. Hätte meine verlorene Münzen sehe ich nicht, weil die neben mir fallen. Ja. So. Alter, wow, what the fuck, Alter, bist du fies. Boah, Alter, Nils nimmt den richtigen, Letzt Battle hier voll ernst. Alter, der hat mich voll ausgefahren. Voll ausgefahren, nochmal voll gefahren, abgefahren. Ja, der gibt's doch ja auch nicht, ey. Du warst halt so günstig vor mir, meinen. Ja, ja. Musst du zugeben. Du musst einfach hier, Letzt Battle, du willst mich schlecht aussehen lassen. Oh. Mess. Nein, meine eigene fucking Bombe. Alter, so macht mir die eigene Bombe das Leben schwer. Vier Münzen habe ich verloren dadurch. Na, ich fauge es erstmal rum. Fuck, Mann, du bist besser als... Ich hab die Crown, Alter. Scheiße. Die steht da. Wo ist er denn? Wo ist er? Oh Gott, wo sind da alles? Was wollt ihr? Ihr Tor! Danke, Mann. Wer ist hier, Lord Krohn? Oh Gott. Du hast Doppelkrone auf, ey. Kann er wieder nicht in den Luft kriegen, Alter. Eine Krohne reicht ihm wieder nicht. Ja. Meine geile Bombe. Aua, Mann. So geil. Ich versuche, mich hier voll zu schützen von vorne. Ich sammle meine Münzen noch mal nicht ein, weil viel zu viel Zeit kostet. Die Münzen wieder einzusammeln. Sammelnst du mal deine Münzen ein, wenn du nicht verhielst? Ja, klar, na klar. Aber es ist halt sichere Münzen, die rumliegen, die gleich einzusammeln können. Stimmt schon, ja. Ich kapiert, ich spiele einfach nicht. Hast du das schwer, wenn du... Alter, wie viele Münzen du hast? Na ja. Mann! Das gibt's doch einfach nicht. Toll. Ja, gut. Schon mehr als... Der Doppelte von dir. Ja. Leute, ich glaube, Nils, er hat ja noch gesagt, er hat mit Handicap-Controller. Wisst ihr noch, was er dort gesagt hat? Ja, im ersten Part. Er muss Handicap nehmen, weil er den Joy-Con-Double-Attached-Controller hat. Ich glaube, ich brauche noch mehr Handicap, weil ich so krass bin. Ja, ich staune selbst, dass es... Also, Räuberunternehmen war ja sehr knapp, aber sonst... Stille ich mich an den Süden an, ich staune selbst. Das ist einfach der Mario-Kart-Typ. Eigentlich kann ich das, ja. Ich spiele da eigentlich wirklich nicht. Natürlich nicht. Jetzt kommen wir erstmal... Die Stage ist immer ein bisschen cool in dem Modell, finde ich. Ich spiele es natürlich nicht. Und wir sind immer noch so gut, Bögen. Nils war bestimmt noch in einer Schule so, der immer sagt, Oh, das kann ich nicht, da bin ich voll schlecht drin. Ne, voll eine Eins. Ne, also in der Schule war ich tatsächlich immer schlecht. Aber ich hasse Leute, die wirklich so was sagen. Ne, kann ich nicht. Denn Öder-Sotter-Zweig kriegt, ne? Sorgt doch, kann ich nicht. Ja, ja, ne? Ey, diese Leute immer. Alter, schrecklich. Oh nein, ich möchte nicht, was ich machen soll. Ich krieg bestimmt ne 5. Batterie, lass uns das nach. Ja, ich weiß. Was hält deine Batterie? Ey, mach die doch mal voll hier. Wow, da war der Typ, Alter. Los, Bombe. Ja, meine Bombe ist die beste Bombe. Meinst du den Supertypen? Also nicht. Das ist nicht dieser Supertyp. Hey, hab ich auf den Münzen gerade einen G erkannt? Ne, da ist so ein komischer Pfeil. Oh, hallo. Nein, meine Münzen. Gib mir die Münzen. Oh, drei. Alter. Ich hab, weiß nicht mehr. Mann, was ist hier los? Was ist denn hier schon los? Alter. Was hält mich hier los? Ich hab gerade ne Feder benutzt. Ich hab keine Münzen gekriegt, obwohl alle auf dem Haufen bei mir waren. Na, ich tatsächlich auch nicht, obwohl ich hier, äh. Ne? Ich hab so Angst und fahre in die nächste Banane voll rein. Die war unausweichbar. Bremsen jetzt nichts gebracht. Mann, ey. Wow. Ja, den Dude da hier. Mit dem Mario voll mit der Bombe abgeworfen. Elektronischer Sniperbomber. Ich hab echt voll die Bombenpfeile. Bombenpfeile. Mann, die sind auch froh mir. Wie viel Cash haben die ganzen Leute hier. Danke mal. Ah, der hat zwei Leute. Oh, mich fährt grad so ein übler Münzenberg an. Toadette. Aua, wann wer trifft mich denn hier den ganzen Tag los? Da drehe ich schnell um. Sammelt er die Münze ein. Eine. Aua. Ich kann links und rechts nichts sehen. Ja, ich doch ohne. Und was ich glaube. Ich wette hier an Horizontal. Boah, da sind auch viele Münzen grad nicht klaut. Mann, wo liegt jemand in der anderen rum? Fahr da in alle rein. Das ist halt Battle-Mode. Bananen-Mode. Ja, wie du einfach fast 20 Münzen hast, ey. Gibt's nicht. Naja. Aber mich nervt echt diese präzise... Oh, yeah. Diese präzise im Nachhinein einsammeln. Nervvoll. Ja. Mann, ich hab voll vorbeigefahren. Oh, oh. Iggy, du waltest auf. Oh, nein. Oh, wurde mir erst mal meine Feuerblume geklaut. Was ist das? Was ist das? Du willst Feuer? Hier. Ich bin nicht gebraucht. Aua, warte. Ich werde dir nur abgepagert. Ich werde von allen Seiten abgeschossen mit roten Panzern. Überall die, die sehen die an die Kommen. Oh nein, kommt da mit Sternen hinter mir her. Ich krieg gerade immer nur Boomerang. Der ist nicht so praktisch. Ich hab ihm Geld. Ja, Geld. Oh, ich bin gleich wieder abgeschossen. Ich wurde nur abgeschossen die ganze Zeit. Alter, wie fies. Ich hab einfach mehr als ein Doppelte von dem Zweten. Ey, wie machst du das denn? Ja, ich weiß nicht. Du musst dir den Part angucken, wenn du auf YouTube gelandet hast. Ich werde den Part einfach löschen. Und einfach einen Part nehmen, wo... Dann haben wir den nächsten Part. Da findet er nicht ein Minigame. Nee. Nee, ist alles so gewollt. Drachenpalast. Ah, Leute, ey. Aber man, ich bin immer... Vario ist einfach so der dickste irgendwie. Nee. Hä, trotzdem hatte ich schon wieder zu, dass er meist nicht hoffen würde, oder so? Ja, doch bestimmt. Der hat eine ganz große Hitbox. Oder der Mercedes zieht alles so an. Aber wie ist das, was da abgeht? Oh, sind wir nebeneinander? Ich glaube ja, weil sonst hüpft, würdest du nicht hüpfen, glaube ich. Und ich auch nicht. Bam. Ja, da bin ich ja nebeneinander, ja? Yeah. Eine Münze. Ich hab hier. Oh, genau. Oh. Ich hab eine zweite. Voll durch die Fensterscheibe drauf. Ist ja voll geil. Vario. So, jetzt sammle ich hier richtig alle drei. Und damit kannst du natürlich einfach noch die Münzen hier einfach rumliegen. Das ist viel safer. Ich versuche schon, die Leute wegzupäischen. Was für den Loot hier. Na, du bist ja auch hier dann schon Whisky. Wir müssen da jetzt lieber drin. Tja, aber man hört jetzt noch nicht, dass er so weit weg ist. Nee, nee, ich bring euch hier noch niemanden, Alter. Ja, Alter, einfach mit reingefahren. Wenn sie dick genug sind, dann können sie selbst den dicksten Dicken wegverlangen. Alter, Tone hat einfach alle Münzen. Das ist auch ein Auto einfach schlecht. Ich fahre jetzt in so ein Motorrad-Deals. Nee, ich fahre seit das Spiel, fahre ich nur mit Motorrad, weil ich das immer cooler fand. Oh, du bist ein Motorradlieb, aber. Nee, na, wenn ich schon echt nicht mit dem Motorrad fahre, dann wähle ich das so ein bisschen Stil. Ich bin ja der Crownmaster, der Crowns, Alter. Ja, sag doch mal nicht so laut. Ich bin ja der Crown. Oder düst jemand in mich rein, dann muss ich die Münze. Alter, Mario gibt das her. Wow, Feuerball, wow, Feuerball. Dann lass mich bloß in Ruhe. Alter, hier sind so viele Münze rum, weil hier alle hier trocken werden. Alter, Baby, Petra hat alle Münzen geklaut komplett, weil, ja, einfach immer getroffen. Äh, ich hatte ja grad voll den übelsten Bumerang-Ecken-Konterwurf, ey, richtig gemein. Aua, Mann, wo kommt die denn her? Die schießen mich alle mal so blöd ab. Sind alle ganz doll blöd zu mir. Das war blöd. Was solltet ihr mit dem scheiß Bumerang? Wer ist Scheiße? Hau ab! Nee, nee, der Bumerang ist nicht mal homing hier. Der Bumerang ist mal so no scope. Ja, Bumerang mag ich auch nicht in dem Spiel, tatsächlich. Ja, ich bin der Kronen-Master, aber nicht auf. Was? Wo war denn mein letzter Schutzpanzer gerade hin? Der Bumerang hat mich voll getroffen, wie ich lauter Panzer mich rum hatte. Ist schon klar. Ey, Mario Kart, das verstört einfach Freundschaften. Hä, wieso? Ich hab dir ja nicht getroffen. Ach so. Na, Aua. Wer trifft mich denn jetzt? Was solltet? Nee. Äh, wie hier in diesem Battle-Raum einfach alle getroffen werden, wie überall die Münzen rum, Mann. Was ist ja hier los, Alter? Ich verliere einfach fünf Münzen weg, wenn ich trafen werde. Alle meine Münzen liegen hier oben. Ist doch richtig schlecht, Alter. Schlecht. Mist. 61, das gibt's doch gar nicht. So viele geilen Highlights. Na, aber bestimmt. Guck mal, wie ich mich freue, Alter. Noch freue ich mich so. Ja, 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 ja. Und dann wuuuuh. Und ich hab mir die andere da geschnappt. Wuuuuh. Ja, die hab ich zu dir geschmissen und die trifft dich natürlich nicht. Guck mal, da komm ich an und... Yeah, 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 yeah. Ey, ich bin invisible. Also voll... Bum, bums, bums, bums. Bums, bums, bums. Bums, bums, bums. Voll gecrashed. Yeah, und da ich go... Das war doch meiner, die sind gewandelt zurück. Das war doch meine. Ey, mega geil, Alter. Bums, 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 bums. Alter, das ist echt witzig. Oh, nein. Was machst du da, Alter? Nein. Oh. Oh. Sind doch. Wissen Sie, wer jetzt glaubt, wer jetzt glaubt, dass ich das... Den seh ich da nicht. Den kann ich nicht sehen. Weil er so weit rechts ist. Jetzt seh ich. Ich zeig ihn hier sehen. Der ne ist drauf. Voll fies. Nee, komm einfach ab. Hier voll eiskalt. Wau weiter. Ein Fru. Alter, yeah. Ja, triffst du ein Ehen. Das sehen wir gleich. Äh, nö. Voll fies. Oh mein Gott. Alter, was ist das alles, Mann? Nih, scheiße. Achu. Alter. Ich zieh. Und du nur so, ups, zu. Alles gut. Durchsichtig. Yay. Ja, so schummelt da sich durchs Leben, ey. Hä, ja, nee. Nein, das ist ja nicht. Jede, jede Runde gewonnen bei den Münzen. Das gibt's einfach nicht. So, Leute, dann steht jetzt ja 4 zu 1. Egal. 3 zu 1. Ach ja, ja, 3 zu 1. Entschuldigung. Alles gut. 3 zu 1. Und beim nächsten Part kommt dann der letzte Mode. Freue mich auch schon übelst drauf. Wird bestimmt sehr geil. Insignien-Diebstahl. Insignien-Diebstahl, genau. Das wird bestimmt lustig. Der kann aber auch mit uns sau schnell vorbei sein. Da muss man gucken. Ja, aber auch bisher super viel Spaß gemacht. Richtig geiles Multiplayer-Game. Also, Leute, schaut beim nächsten Mal mit dabei. Beim letzten Part von Marika Dachtelux. Ciao. Tschüss.